Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3, wo wir bei der Unten Toten Siedlung waren und festgestellt haben, hey, wir können nicht mehr als fucking 100 Pfeile tragen. Das haben wir nicht mehr festgestellt. Da, 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 hier. Ich sehe gerade, ich könnte eigentlich noch eine weitere Pfeilsorte irgendwie mit mir rumschlippen. Gucken wir einfach mal schnell rein, bevor wir jetzt losgehen, denn wir wollten ja weiter die Unten Siedlung unsicher machen. Obwohl, jetzt wo so untot ist, ist sie wahrscheinlich so oder so unsicher, aber hey. Das, äh, lassen wir eure Fantasien freien Lauf. Äh, ach ne, der, die hat hier nur Bolzen. Ne, ne, dann, äh, nö. Kein Bock auf dich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Manchen ist es schon mal aufgefallen. Kann ich euch das schon mal so zeigen? Äh, hier ist ne Nebelwand. Jetzt ist die Frage, kamen wir von dort? Wenn ja, warum ist da zu? Prinzipiell, äh, weiß ich, man kommt so oder so nochmal raus, aber jetzt nicht zu dieser Zeit. Aus diversen Gründen. Ja, man kann auch hier hochgehen. Das kommt aber erst, also später. Macht euch da noch nicht ein Zämtchen. Wir müssen erst mal weiter voranschreiten. Das ist einfach alles. Habt keine Bangen. Ich werde dies meistern. Okay. Jetzt, äh, geht's in die Unten Siedlung weiter. Und zwar Abbruchreife Brücke. Jep, die ist da was für ein Reif zum Abbrechen. Oder Abbruchen. Ich habe auch den Softballleiter gestellt. In der Einaufnahme hat man ja kaum noch was verstanden. Alter. Dass auch Feueratems immer so laut sein müssen. So. Da sind, äh, sowas wie Schüsselmann bloß anders. Hier oben ist ein Lissart, aber ich komme da noch nicht hoch. Hm. Na dann, äh, wir gehen einfach mal diesen Weg hier weiter. Und gehen nach links. Hehe, verarscht. Ah, hier, das ist die Brücke. Und die geht ins Nichts. Was zur Hölle ist hier passiert. Ach, da war eine Brücke. Okay. Jep. Wow. Ich höre irgendwo feiergeschießen. Äh, schießen. So, mal hier. Hallo. Ich mache mal Randale. Vielleicht kommt dann jemand. Außer der Typ da hinten. Aber, scheint keiner mehr da zu sein. Das ist jetzt mein Zuhause. Ich nenne es Zuhause. Oh, Hammermann. Äh, warte mal, haben wir hier. Geht's auch noch nach oben? Verdammt. Hey, Hammermann. Hallo. Krasser Bug. Ich glaube, ich höre noch was. Ähm. Spionierst du? Hä? Ah, ne. Falsche. Ja, ja. Ich weiß. Spionierst du? Du findest das lustig, ne? Schön, dass du es lustig findest. Du, Morphin, das ist alles lustig. Fliege und Sieg. Ah, Mist, hat mich getroffen. Hat mich auch getroffen. So, jetzt gibt's erstmal einen Jump-Attack. Woo! Voll daneben. Läuft. Ich hab viel zu viel Schaden dafür jetzt einstecken müssen. Ich bin nicht zufrieden. Äh. Gucken wir nochmal nach, was da oben ist. Äh, da lag was tolles. Nennen wir es Item. Siehste? Was hab ich gesagt? Ein Item. Ich lag zu 100% richtig. Ich geh nach rechts. Nein, ich kann nicht nach rechts. Ich geh nach links. Hey, Leute, lasst euch ja nicht ablenken von mir. Äh, ich lauf hier nur durch die Kante und weiß nicht wo. Oh, 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 ein Item. Wieder. Hey. Okay. Bin ich einverstanden, weil früher oder später brauch ich das Zeug ja eh. Eigentlich schon bald. Und am besten jetzt, aber ist das mal einerlei. Ah, ich hör was. Ah, da bricht er ja durch die Tür aus. Wieso habt ihr den eingesperrt? Was habt ihr getan? Ihr verdammten Botzer. Warum habt ihr das getan? Steht ihn euch an. Er ist untot geworden wegen euch. Das wäre alles nicht passiert, wenn ihr einen Held wie mich hier vorbeigelassen habt. Hallo? Oh, Goddard. Woo. Falsche. Hey. Ich möchte gerne dieses weiße Kraut einsammeln. Ich habe leider keine Kräuterkunde als Beruf erlernt. Das ist sehr traurig. Wann werde ich je so ein weißes Kraut wie das hier wiederfinden? Verdammt. Was haben wir denn jetzt hier oben? Da ist was rotes. Hallo. Ich kann dich sehen. Na, hat das wehgetan? Na, hat das wehgetan? Na, hat das wehgetan? Ah. Der ist mir zu wild. Weg mit dir. Rote Augen sind nie was Gutes. Vertraut mir, Leute. Ich weiß, wovon ich hier spreche. Wo bin ich überhaupt? Ist das jetzt so? Die Marktgasse von der Unterunsiedlung? Ja, wir verkaufen hier tote verweste Teile. Was sollten sie auch sonst sein? Greifen sie zu, solange sie noch tot sind. Nicht, dass da so ein Idiot kommt und die wiederbelebt. Okay. Hm. Hm. Na, Leute. Ah, ihr da. Einen hab ich. Einen andere, der wollte zu sehr Spider-Man sein. Und deswegen hat er seinen Freund vernachlässigt. Was hat er jetzt davon? Oh, äh, mal wieder von dieser Seite nicht aufmachbar. Cool. Was auch sonst. Oh. Äh, okay. Das krieg ich hin. Also, ich hör was. Nein, ich hör nichts. Verdammt. Ah, wisst ihr was? Leck mich. Wozu habe ich die Pfeile, hä? Ja, Mann. Ich drücke aber auf den Falschen. Das ist ja... Nein. Du sollst schon da drauf ziehen. Perfekt. Ich bin nicht umsonst der Meisterschütze. Ein Meter Entfernung. Ich treffe. Was habe ich euch gesagt? So. Da ist die Tür. Da ist, äh, Item. Oh, ähm. Da bewegt sich auf einmal was. Jungs. Das ist ja ziemlich angepisst zu sein. Wäre ich aber auch, wenn ich mit mehreren Leuten in so einem Käfig wäre. Grenzt ein wenig an den Centipik, wenn ihr mich fragt. Was seid ihr überhaupt? Auf jeden Fall nicht, äh, gut erträglich gegen Eisen. Ich höre hier irgendjemand schrecklich atmen. Hallo? Ist da jemand? Oh Gott. Käger des Sonnenlichts. Oh mein Gott. Nein. Wisst ihr, was das bedeutet? Hier war so leer. Ist das Suppe trinken? Ja, das gibt es auch hin und wieder. Dann fühlt man sich einmal voll. Außer die Estos Flakos. Die bleiben. Ah, das war die Tür von vorhin. Ah. Sehr praktisch. Gebe ich einen Daumen nach oben, diesen Weg. Gut, was haben wir hier? Äh, ich gehe einfach immer den rechten Weg. Also, mit rechten Weg meine ich eigentlich den Weg, der nicht aussieht wie ein Weg, weil ich denke, es könnte ein Weg sein. War kein Weg. Moment. War ich hier nicht schon? Das ist... mit den rücken zu kehrte ich hab's heute mal wieder mitreden leute okay was haben wir denn hier jetzt ich habe ein standbild ich habe kein standbild mehr die map musste laden sag ich jetzt einfach mal so hier geht's runter also da bin ich hier wieder was ist das ich bin bloß den weg anders entlang gelaufen mehr ist es nicht toll das erfreut mich gut dass ich diesen weg gefunden habe wir sind darüber gelaufen genau da ist der brücke dass das land gut zu erkennen an den grünen gras wo komme ich jetzt eigentlich hier raus da bin ich wieder das ist doch dumm es ist doch dumm ich will zum leuchtfeuer ich will das nächste leuchtfeuer ist sonst irgendwo ich muss jetzt irgendwie ihr links gleich rüber auch gott er war die schreckliche moment wenn ihr mich fragt wirst du nicht auch mal ja damit das klar wieso hattet ihr nicht ins visier genommen alles gesündel hier aber ich habe doch wieder flakob bekommen jetzt habe ich sie wieder verloren hier ist der der opa kollum der da erst mal ins popo rein was sind das geht auch die haben mich noch nicht gesehen so ich möchte eigentlich nur hier runter heißt jetzt perfekt so und von hier aus gehe ich einfach mal schnell ins leuchtfeuer und wird jetzt dann noch mal zum anderen reisen da gab es noch einen anderen weg zu dem jungen genau zu sein habt ihr jetzt aber nicht von mir gehört dass wir den weg gehen das ist einfach komplett spontan wir müssen uns wohl doch den typen und zwar stellen und statt den weg nach links zu gehen ich bin erfreut ich verarbeite währenddessen den rücken hast ja nichts dagegen oder gut ähm ja das war ja tatsächlich schön angenehm ich seh grad äh äh wieso bin ich da jetzt nicht da hingekommen verdammt ich muss eigentlich weiter hoch oder darüber sagt was wir so das würde ich gerne eigentlich noch machen ok demzufolge bin ich jetzt noch nicht einen weg irgendwo entlang gegangen ich werde jetzt noch mal durch die kanalisation durch streifen wir haben ja gerade sonst nichts zu tun heute machen wir uns doch nichts vor einmal ordentlich im kreis gelaufen läuft so ratzhaus möchte ich ungern jetzt bekämpft habe ich kein bock drauf aber wenn ich jetzt hier runter gehe werden sie mich jagen jup das werden sie und das sind auch noch mal ratten alt ist das viel schnell was denn los kann man nicht einfach so wegrennen hier buh ach ja hund hund läuft gerade bei mir so ihr geht einfach weiter ich wollte schon sagen die kommen jetzt nicht hier hoch so wie machen wir das jetzt mit denen äh so rum genau ups moment warum muss ich jedes mal bei der fucking aufnahme niesen ah wow äh ist er runtergefallen er ist runtergefallen oh ich müsste eigentlich auch gerne mal runter das ist ja auch noch so ein schüssel man warte mal ich schnippe erstmal den hier der hat weniger leben seht ihr da würde mir ja einfallen dass ich den anderen typen ja genauso locken könnte oder probieren wir es einfach mal aus was haben wir zu verlieren na komm na also ob der so ein olympiat ist oh ne den können wir nicht so verarschen jetzt habe ich irgendwie die tasten aus dem kopf verloren so schüssel man oh gott leck mich oh wieso habe ich jetzt die tasten durcheinander gebracht oh gott klut hervorragend so da ist noch so ein schüssel man der andere ist da unten wo komme ich denn da hin offenbar kann man ja irgendwie runter aber ich glaube nicht dass ich das so kann momentan wir gehen jetzt einfach mal hier entlang einsammeln seele weiß ich nicht ob sich das jetzt gelohnt hat ja na gut ich könnte mir dadurch wieder die Pfeile holen hä ne das Vieh ins Visier ah doch so ein Vieh wie könnt ihr eigentlich überlebt haben guckt euch doch mal an dann grüner Schädel ach das toll na ganz toll items die ich nicht benutzen werde hurra ein hoch auf diese items 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 auf jeden Fall habe ich hier noch einen Weg wo ah hey there na magst du Pokémon da hab ich ein kindle da all you faceless undead behaving as if you deserve respect Nein, egal. Ich bin genau nach der abandenen Kirche. Du wirst die Todeskirche. Und es wird nicht schön sein. genug Todeskirche, dich verbreitet. Zeit nach Zeit. Zeh ich für dich aus wie der Jogfrau Dark Souls. Oh, du, du. Du, uneinständiger. Was haben wir denn hier? Hey, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Also wie sonst auch. Was besorgt noch, was du erzählen? Ja. Wie sehr gentil. Ah. Wer ist sie? Wer ist sie? Wer ist sie? Ich habe sie verloren. Ich bin nicht sogar ein Feuergeber. Nachdem ich sie alles hierher gebracht habe, habe ich sie schon bereit. Sie ist außer Verbrauchung. Ich sage dir. Okay, wer? Ach, die da hinten? Und wie komme ich zu da hin? Muss ja irgendwie was mit dem Weg hier unten zu tun haben. Aber wenn ich jetzt hier runter stürze, könnte wehtun. Ah, da liegt so viel schönes Zeug. Ah. Ah. Da wäre ein Weg. Wie komme ich da hin? Äh. Muss doch jetzt einen Weg geben. Hab nie wirklich aufgepasst. Wenn es um so etwas ging. Äh. Da, 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 da. Hier, das war nochmal der sichere Tod. Was haben wir hier so? Das sind da hinten. Gucken wir doch mal einfach von der anderen Seite. So. So viel Zeit muss jetzt mal sein. Ach, hier ist es. Hier war der Blumenweg. Der leider zu nichts führte. Meine schöne Touristeninformation. Bringt das hier vielleicht irgendwie was? Habe ich was verpasst? Gott. Weil wir jetzt nicht dann ruckartig gingen. Was war das denn jetzt für eine Kacke? Wo muss ich jetzt nochmal hin dafür? Weil da war noch ein Tor. Da möchte ich gerne hin. Ich glaube meine Seelen werde ich jetzt erstmal nicht mehr wiederfinden. Wir laufen mal fixen. Die sind ja doch hier. Praktisch. Cool. Auf jeden Fall da werde ich jetzt irgendwie nicht mehr rüberkommen. Ich weiß nicht. Ich will mich jetzt eigentlich nicht mehr hier so durchboxen. Die Typen nervt mich einfach nur. Vielleicht schaffe ich es ja einfach so vorbei. Bleibt ganz ruhig. Bleibt ganz cool. Ihr habt ja nichts dagegen, hoffe ich. Ich habe doch hier eine Nachricht gelesen. Ah, ich kriege es auf. Nice. Äh. Oi. Äh, da kommt was Großes auf mich zu. Aber. Du bist so fett dafür. Du kommst dir nicht durch die Tore. Siehst du? Ah, du Kackvieh. Jetzt willst du auf einmal zurückgehen. Ne, jetzt bleibst du hier. Lange genug habe ich mir das angetan hier. Jetzt ist es auch mal gut. Ich bin schon wieder fast gestorben. Dreck. Okay. Was haben wir denn hier? Äh, der Aufzug fährt hoch. Okay. Ah. Na moin. Hm. Der ist wie immer sehr gesprächig. Hm. Aber ich muss einen Weg finden. Und das ist nur das Problem. Dieses Lüft geht nur runter, du siehst. Und... Well... Das geht nicht irgendwo. Hm... Hm... Das klingt sehr tragisch, wenn du mich fragst. Ach ja Junge, jetzt gehts wieder runter. Was allerdings nicht gesehen, hatten wir aber. Es gab ja noch einen Schalter nach oben. Aber hier runter, das wollen wir noch nicht, glaube ich. Kann ich auch mal kurz rein nutzen. Legt hier irgendwas schönes? Wozu gibt es diesen großen Raum, wenn hier nichts liegt? Verdammt! Aber, ja, da hinten. Da ist ein Vieh. Darauf haben wir nicht wirklich Bock. Denn das ist nämlich ziemlich unangenehm. Das machen wir später. Das unangenehme Vieh. Glaubt mir, das wollen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hoch. Denn hier oben ist der Typ, der die Pfeile verschießt auf diese andere Stelle, wo wir vorhin kurz waren. So. Ja. Wir werden also nun einen Zaubertrick ausführen. Seht ihr? Zaubertrick. Damit rechnet kein Schwein. Außerdem ist der Typ jetzt auf einmal verschwunden. So. Und wie man sieht, hier ist ja auch noch mal ein Scheiter. Aber damit kommen wir jetzt nach oben. Wie durch Zauberei. Was? Fuck. Der saß hier. Der muss irgendwie hochgekommen sein. Dreck. Das habe ich nur übersehen. Okay. Hier. Da ist der Riese. Hi. Wer bist du? Frieden schließt. Ja. Äh. Warum nicht, ne? Er hat nämlich die wunderbare Aussicht zu hier drüben, wo wir vorhin waren. Und jetzt auch wieder gehen werden. Um dann da rüber kommen zu können. Problemlos. Und da unten ist ein Dämon. Ah, das ist auch gleich hier beim Turm. Hm. Wir haben noch einiges vor uns, glaube ich. So. Der fährt mir grad einen. Sieh ich denn von hier aus irgendwo den Tempel mit den Blumen? Wenn wir schon mal so eine Oben, so eine Übersicht haben. Irgendwo muss es doch gewesen sein. Hier kann es nicht gewesen sein. Da ist noch ein größeres Gebäude. Ich sehe das aber auch von hier nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte mal die Blumen sehen. Ich sehe keine Blumen. Das ist ärgerlich. Oh, liegt hier vielleicht noch irgendwas? Wenn wir schon mal dabei sind. Es wird wahrscheinlich sowieso Müll sein. Aber Müll muss auch eingesammelt werden. Hier sind die sechs von der Müll ab vor. Müll ab vor. Naja. Also nicht. So, jetzt schaue ich jetzt noch mal. War da jetzt hier irgendwo? Äh. Mh. 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 Entscheidend ja. Aber ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Will ich aber auch nicht nachschauen. Dadurch, dass wir mit dem Riesen geredet haben. Und wir immer noch diese nervigen, dicken Etwas an der Backe haben. Wo ich immer noch nicht weiß, wie kommt man am besten hier runter? Hier muss es auch irgendwie eine Möglichkeit geben, nicht gleich zu krepieren. Irgendeinen Weg oder so. Irgendwie auf die Holzbalken vielleicht. Mann. Mann. Ah. Ach du großer Gott. Jetzt kommt er hier. Was willst du? Au. Äh. Hat ja gar nicht funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. Scheiße. Hier tausend sehen will ich jetzt aber auch nicht liegen lassen. Hmm. 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 Ich überlege gerade, wie würde man eigentlich... Achso, ne. Hier war ich ja den Weg schon entlang. Oder? Ja. Ach der shiny, der rennt schon immer gleich los. Wetter fuck? Äh. 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 Zehn. Wieso sind die Viecher so nervig? Äh. Das musst du ja wahrscheinlich doch wieder bekämpfen. Das ist dumm. Ja komm ran. Dickes Etwas. Hier die falsche Taste. Zu drückisch bei denen eigentlich immer die falsche Taste. Ich will doch nur hier mal in Ruhe schauen. Darf es aber nicht. Weil die Viecher mir einfach nur auf den Sack gehen. Oh jetzt kommt hier noch der zweite. Jetzt komm mal ran hier. Jetzt hab ich kein Bock mehr. Hallo. Mal sehen. Ah. Ich glaub der ist runter gefallen. Praktisch. Ich muss doch irgendwie den Weg nach unten gehen. Nerv nicht. Wieso überleben die eigentlich das? Hä? Auch nicht grad fair. Naja. Ich darf es aber nicht überleben. Wäre auch zu einfach. Wir machen es jetzt einfach mal rüber. Boah. Das guck ich mir irgendwann mal später mal an. Wenn es wahrscheinlich hier nicht mehr von Nutzen ist. So. Das hier war ja der Blumenweg. Genau. Ne Moment. Doch. Doch. Das war er. Jetzt will ich ja von da. Jetzt will ich ja woanders lang. Ähm. Heißt ich will jetzt irgendwie nach links. Naja. Genau. Genau. Genau den Weg will ich. Obwohl. Will ich? Naja. Ist auch so ne Sache. Da ist wieder so ein Schüsseltyp. Hey. Na. Hast du fein gemacht. Ich nehm euch jetzt einfach mal mit ins Abenteuer hier rein. So viel ist hier schon noch. Nicht glücklich. Ey. Wir gehen jetzt da wo die großen Pfeile gelandet sind. Eigentlich. Hätte ich jetzt eigentlich nur gerne ein Leuchtfeuer. Ich glaube ich bin. Ja. Ich bin doch an eins vorbeigelaufen. Super. Shit. Ähm. Ich will doch nur ein Leuchtfeuer. Verdammt. Ah. Ich will kein Heimatknochen anwenden. Nicht hier schon. Ah. Die peruanischen Peranflötenbands. Okay. 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 Äh. Zack, 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 zack. Kannst du mich mal bitte vorbeilassen? Danke. Ich will nur zum Leuchtfeuer. Da. Endlich. Aber welches muss ich jetzt nehmen? Dann habe ich jetzt nicht nachgedacht. Obwohl doch. Natürlich. Das da brauche ich. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Wir haben nichts gesehen. Okay? Nichts. Einfach gar nichts. So. Genau. Hier war der Punkt. Da war der eine Typ noch. Den machen wir ja. Den haben wir noch um die Ecke. Alles kein Problem. Ah. 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 Perfekt. Genau. Tito die Tschabe. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Weißt du. Ich würde schon sagen. Es ist ja jetzt irgendwas erschienen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und äh. Können uns eigentlich schon mal frei herum toben. Weil er wird uns jetzt definitiv nicht mehr treffen. Davon gehe ich jetzt aus. Seelen, Glut, Zweig, Zweig. Immer noch einer. Guter Treffer. Ah. Hey. Da sind doch welche. Versteckte Keule. Sehr gut. Okay. Okay. Was haben wir denn hier drüben? Äh. Was haben wir denn hier drüben? Untoten Knochensplitter. Das ist äh. Sehr gut. Tatsächlich. Du machst das sehr gut. Hau sie weiter um. Was? Was ist denn hier? Neben der weißen Börke prasstet die Pfeile eines Riesen ab. Jaja. Bei dem war man schon. Danke für die Info. Danke. 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 Sehr nett von dir. So. Hier müssen auch irgendwo auch noch Sachen herumliegen. Hab zumindest welches gesehen. Etwas. Asche eines Bestatters. Ah. Mit der Asche könnten wir auch noch was sehr schönes machen. Kleriker Sachen. Hey. Und sag mal. Hallo. Das ist weh. Moment. Ausdauer. Okay. 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 Gut. Äh. Ja. Sah sehr interessant aus was wir hier gesehen haben finde ich. Geh mal weg. Versperrst den Ausgang. Das ist unfreundlich. Oh nee. Weg mit dir. Gesindel. Typ. Für dich können wir hier nicht besonders gut leiten. Gut. Wir können hier hoch. Das werden wir jetzt auch tun. Ich möchte gern da hin. Das sollte gelappen. Moment. Ich darf es als Profi. Von 1 und 2. Wenn ihr diesen Sprung meistern. Was hab ich euch gesagt. Pro Sense. Hm. Große Sense. Hm. Ist natürlich eine Überlegung wert. Schauen wir uns aber den Nix an. Äh. Wahrscheinlich hat sie wahrscheinlich wieder. Aber nur wahrscheinlich. Solche Larifari Werte. Oh. Ich glaube ich weiß wo wir sind. Hier sind wieder die Blumen. Touristeninformation. Wuhu. Genau. Hier war doch. Ja. Von der Seite kann ich es öffnen. Natürlich. Ja. Wird mal Zeit, dass wir den Bock mal hier rauslassen. Hier hat es gestunken. Aber hier nicht noch irgendwie was. Informatives. Brauchbares. Bevor ich in diesen komischen großen Raum renne. Scheint nicht so. Na dann. Hm. Na ja. Was. Guckt ihr denn da so. Hm. Hey. Ihr könnt ruhig weiter beten. Zu eurem. Etwas. Lass euch nicht stören. Du verdirbtes Großholtz. Was. Aaaaah. Eieiei. 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 A Saw. Ey. Auf damit. Da ist ja noch so'n großer. Hau ab. Jetzt will ich gerne Flakos nehmen. Ok. Eine hat gereicht. Man muss diese weiße dicke attackieren. Für euch schonmals. Ich wusste es halt ja. Hm. Ich weiss nicht. Ich habe es mal wieder ganz spannend gemacht. Was machst du da! Alter! Oh, warst du ein Wrestler früher oder was? Äh, äh. Sag mal, holst du dich gerade irgendwie? Was machst du da? Aber auf mal irgendwas zu machen, okay? Ist das möglich? Äh, nein. Wo er nicht? Jetzt macht er wieder diesen komischen Pottyslam. Hm. Der Kampf ist irgendwie komisch. Oh Gott, jetzt brauch ich doch noch einen Backstab. Eigentlich will ich doch nur die Dinge hier attackieren. Ah! Wenn mich das nicht immer wegkickt, ey. Muss ich vielleicht mal Abstand gewinnen. Ich hab schon keine Verkaufs mehr bald. Hey, ihr. Oh Gott. Ne, soll ich will ich nicht. Ich geh lieber zu ihm hier. Er sieht sehr sympathisch aus. Äh, hab. Letztlich. Dinger sind kaputt. So. Oh nein. Der Boden. Ey, ich lebe doch. Und hab keine Verkaufs mehr. Nice. Bitte so bleiben, damit ich drauf holen kann. Ey, 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 ey. Perfekt. Was? Was? Was ist das denn? Eine Arm. Der Arm macht mich platt. Krass. Äh, wir haben einen neuen Bosskampf nebenbei. Ich wurde von Holz besiegt. Das ist doch das, was es sehen wollte. Oh, da. Okay. Ja gut, ich kann ja wieder den Weg hier entlang gehen. Perfekt. Wir sehen uns gleich dort. So, wir machen es jetzt einfach nochmal schön. Also schöner als schön. Wir gehen jetzt einfach straight zu den Typen hin. Zu diesem wurzeligen Etwas. Uhu. Ach so, Baum. Ah, jetzt. Nein. Auf dich zu bewegen. Ab, 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 ab. Und smash. Jetzt hat er dieses ganze gelbe Etwas da liegen. So. Jetzt ist es den Typen. Ah, jetzt ist es fake. Okay. Hey. Zack. So. Sehr schön. Und dann fällt es weg. Sehr gut, sehr gut. Das sind auch solche weißen Dinger. Müsst ihr die auch vielleicht kaputt machen irgendwo? Müsst ihr die auch? Der Boot bräuchte ein. Schön, dass ich keinen Fall schalten kriege. Ich bin was Besseres. Einfach draufzweichen. Was soll schon passieren? Ah. Er macht einen Dreher. Oh mein Gott. Jetzt bin ich meine Hände. right round. Immer diese Dreher. Was soll denn das? Hört mal. Hört mal runter. Ich bin nicht so groß. Oh großer Gott. Das war noch nicht alles. Vielleicht jetzt hier? Weil hier kann man anscheinend auch noch. Bleib mal stehen. Okay. Da habe ich noch was erwischt. So, meine Seelen zack ich mal eben fix ein. Oh, da, 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 da. Da, 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 da. Bleib mal stehen. Mann. Lars hat gesagt, du sollst dich nicht viel bewegen. Alter. Bist du ein Relaxer oder wie? Oh Gott. Nö. Nö. Du bist so ein Spielverderber, weißt du eigentlich? Nö. 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 Du hast bestimmt hier irgendwo noch eine Hand oder so, die ich auch noch drauf packen kann. Ah ja. Das sind die Dinger wieder. Und jetzt sind die wieder zu weit oben. Ah. Okay. Passt. Passt, passt, passt. Bam. Ah. 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 Scheiße. Ah. Was muss ich denn jetzt ein Dreschen? Na, da hab ich ja jetzt. Wo ist denn hier noch was? Erzähl doch mal. Baum. Wo sind noch weitere Pestbeulen? Lass mich in Ruhe. Du bist nicht mehr, mein Freund. Da. Wo ist denn da noch was? Ich sehe hier was am Bein. Aber komm ich da überhaupt... Was zum Fick? Hier, das da. Ja, irgendwie. Jetzt lässt du wieder das gelbe Zeug fallen. Na toll. Äh. Äh. Ich nehm einfach mal fixe Cloth. Hast du was dagegen? Nein? Gut. Äh. Ich glaube, damit mache ich mir das noch ein wenig einfacher. So. Wie soll ich da oben zu dem Teil hinkommen? Gleiche wein. Bleib mal stehen. Mann. Das ist doch nervig. Oh, da, da, da. Ich hab was gesehen. Da. Da, da, da. Perfekt. Irgendwie... Ist das dein Scheißernst? Achso. Äh. So. Irgendwas muss hier noch sein. So, letztes Flakor. Es ist doch nervig. Wusste hier noch was. Was hat das so leicht wäre, hier zu finden? Äh. Haben ich da irgendwie mit einem Pfeil und Bogen dran? Oder ist da vielleicht... Alter. Du nervst. Jetzt nervst du doch mehr. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ja. Irgendwo muss doch hier noch was sein. An den Typen. Hm. Bin ich jetzt an der Seite, wo... Nein. Welche waren das nochmal? Die Dinger sind es ja auch nicht, oder? Hm. Da, da, da waren sie. Au. Toll. Das Ding ist ein gesamtes Herumgeeiere. Ah. Dreck. Mal gucken, ob es diesmal besser läuft. Gleich... Äh. Clute ist gleich drin. Mal schauen. Äh. Diese Pusteldinger gehen ein auf den Zeiger. Ah. Ich hab kein Haus auch mehr. Räumen wir mal hier ein wenig auf. Gut. Ich will jetzt erst mal seine Hand attackieren. Du da, Verschwender. Ich hab hier zu tun. Ich hab hier zu tun. Ah. Ich hab hier zu tun. Ich hab hier zu tun. Ich hab hier zu tun. Okay. Nein. Wir sind immer noch da. Uh. Ja. Oh cool. So. Äh. Ich geh einfach wieder mal zu meinem besagten Ziel. Zack. Kaputt. Hahaha. So. Ah. Und jetzt legt er sich erst mal aus. Ich stell darf. Bau. Ja gut. Ich glaube, ich brauchte beide Flakon. Ist aber auch nur so eine Verbotung. Hey. Perfekt. Danke, dass du mir hilfst. Der O-Tote war echt unfreundlich. Der hat unseren Zweikampf gestört. Hm. Okay. Gehen wir aber doch in die heiße Phase. Hä? Was sagst du, Digger? Hä? So. Jetzt ist er schon bei der Hälfte. Das ist halt auch schon sehr interessant. So. Da waren noch welche. Achso. Die kann ich jetzt nicht attackieren mehr. Okay. Aber kommt ja jetzt gleich. Das sieht halt wirklich verdammt dick aus. Ich kann sie immer noch nicht attackieren. Okay. Alter. Lass mich heilen. Ist das so schwer? Du bist echt scheiße. Weißt du das? So. Jetzt werde ich Abstand halten. Gratulation. Kollege. Warum machst du es mir eigentlich gerade zu schwer? Weil du bist ja... Das ist ja sowieso schon so eine Kacke, dass ich irgendeine Scheiße von dir immer suchen muss. Oh Gott. Bringt mir das, was wir jetzt so liebt. Irgendwie gefühlt gar nichts. Schön. Da freue ich mich aber. So. Kannst du jetzt bitte? Danke. Er greift mich ja wieder. Du bist echt scheiße. Lass mich... Da drauf hauen. Mann. Was hat mich denn jetzt mal wieder erwischt? Das selbe Zeug kann auch sich mal früher verschwinden. Ach komm. Oh cool. Ich will doch nur, dass sie sie angreifen. Geht doch. So. Letztes stark auch gewesen. Jetzt muss ich an seinen Rücken. Er hat wieder das gelbe Zeug dagelassen. Ich mache euch nichts vor. Der Kampf ist alles andere als schön gerade. Er ist sogar ziemlich langwierig. Für nichts und wieder nichts. Ah, hier wäre auch noch was. Wenn ich jetzt den Rücken noch irgendwie erwischt, glaube ich, war es das dann, oder? Ah, er rollt. Ah. Okay. Auch heute wieder, oder? Was machst du da? Nein. Jetzt rollt er. Nein. Er macht den. Platscher. Ich glaube, wenn ich wirklich nur den Rücken mache, habe ich es geschafft. Wer auf die zu drehen. Ich glaube doch nicht umsonst. Zitter dein Rücken. Was machst du? Ja. Huh. Das war's. Geil. Seel, verfugten Großhäuser und Wandlungsofen. Ja. So muss das sein. Sehr schön. Hier lagen noch Items. Dieser mich hat höre ich noch ein. Und da ist ein Leuchfeuer. Weißt du, geil, wieso? 7000 Seel, glaube ich, waren das, wenn ich richtig gesehen habe. Sehr schön. Kriegsgottheizschild. Kriegsgott sogar. Krass. Leuchfeuer. Rästiger Kampf. Machen wir uns nichts vor. Wir gehen zurück zum Schreien. Zum Feuerballschreien sogar. Um ehrlich zu sein. Da mache ich euch nichts vor. Gut. Denn wir werden dann erst einmal... Was werden wir erstmal machen? Wir haben eigentlich gerade viel vor uns. Wir schauen uns doch erstmal an, äh, die neue schicke Waffe. Ja, was heißt neue schicke Waffe? Die Sense eben. Ah. Interessanter Wert. Also muss ich einmal... Ich hätte irgendwie Lust mehr auf die Sense. Mal schauen, ob das jetzt nicht ein Fehler war. Oder wird. Äh, da brauche ich einmal Stärke. Ist kein Thema. Kriegste. So. Den Rest investiere ich mal. So. Ja, da. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Sense an. Hat halt besseres Scaling. Wiedt aber auch mehr. Verdammt. Ich glaube, wenn ich jetzt die trage... Bam. Da habe ich Erschütterungen der Macht hier... vorliegen. Ich würde was an meiner Ausrüstung wenig anpassen. Ich meine, es ist ja nicht gerade wenig, was ich hier trage. Schon erleichtert nur die Brust. Die will ja noch mehr wiegen. Hört mich doch verarschen. Ich glaube, ich müsste mal auf... Ähm... Ähm... Belastbarkeit? Heißt das Belastbarkeit? Ich glaube, ich müsste mal auf Belastbarkeit gehen. Ah, ich laufe bei Scaling halt entlang. Weiß das nicht was Schöne ist? Ne, solange ich halt noch nicht... Ach Gott, ich habe auch so einen Schöne-Kreis-Batzer. Es geht halt nur darum, solange ich da halt... Äh... Nicht so viel in Belastbarkeit habe. So, wir hatten... Irgendeine Asche eingesammelt. Ich glaube, damit kann die was anfangen. Okay, ne, doch nicht. Doch! Schattentasche hergeben. Ne, Schatten... Asche! Aber vielleicht auch eine Schattentasche. Aber erst die Asche. Asche eines Bestatters. Gratis. Passend feiner Asche, du lässt dieses Asche, Mr. Ich hoffe, er ist neu. Genau, wir sammeln Aschen. Und damit hat sie neue Sachen im Angebot. Mittlerweile auch Turmschlüsse und Grabschlüsse. Schlüsse zur Töterkarte... Uh, was? Was? Zur Untoten... Der Untoten-Siedlung. Madame! Wieso hast denn so etwas? Ich bin perplex? Na, da geht der Wetsch. Na! Wetsch mal... Seelen verprasseln, oder? Hier, nimm mal Abfall. Der ist viel wert. Ich mach aus... Äh... Scheiße Gold. Nehmen wir mal den Grabschlüssel mit. Für... Züggäftige Aktivitäten. Materialen hat sie leider noch nicht. Finde ich schade. Aber werde ich ja noch schaffen. So. Hier hat sie jetzt nichts wirklich Interessantes. Ah, schon nicht mal. Ha, 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 ha. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Sense. Ah ja. Könnte lustig werden. Vor allem mit den Ausfällen, die ich trage. Das sieht so lustig aus. Es schwingt alles mit. Wusch. Es ist nur die Frage, war das andere Schwert wirklich so viel toller? Ja, grundlegend, aber von dem Scaling her nicht. Weil es eh mehr auf Stärke geht. Und das will ich ja nicht. Aber Rapi verstehe ich das mit dem Köttisch nicht. Ich bin nicht so schlau. Tut mir leid. Ich würde sagen, die Sense werden wir als erste Waffe nehmen und aufwärten. Verstärken. Meine Sense, bitte. Dann ist sie noch besser. Das Scaling bleibt dann gleich. Ah, das Scaling verbessert sich aber dadurch schon. Okay. So, mehr haben wir momentan nicht. Passt. Ja, werde ich machen. So, wir haben aber auch Knochensplitter eingesammelt. Wir haben jede Menge eingesammelt, Leute. Und die können wir hier verprasseln. Knochensplitter verbrennen. Ja. Ha, ha. Sehr gut. Gut, äh. Jetzt heilen wir uns stärker. Und mehr. Und stärker mehr. Egal. Und ich würde sagen, Leute. Was in der nächsten Folge passiert. Weil in der nächsten Folge muss ich erst mal gucken, wo es lang geht. Sehen wir in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Nein. 3. Und bis dahin. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Und bevoruir's. Und übersehen. Vielen Dank.